Ein flauschiges Hallo an alle meine Zuschauer da draußen. Hier ist eure Miyuki und ich wollte kurz eine Convention-Info geben, denn am Samstag in genau drei Tagen, in drei Tagen donnert es und... Hilfe? In drei Tagen ist die Dokumie in Düsseldorf und da werde ich den gesamten Tag sein, also von 10 bis 20 Uhr und werde dort in meiner Fursuit unterwegs sein und meinen Keks hier mithaben. Hier meinen riesengroßen Stoffkeks, den habt ihr schon in dem Comic-Con-Video gesehen und ich freue mich total, weil... wow! Weil ich total Lust habe zu Fursuten, das macht total viel Spaß hier. Ich habe mir mal meine Batch angezogen, hier seht ihr das Miyuki und ich habe jetzt die letzten Monate so wenig Zeit gehabt, den Fandom irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken, mich damit zu befassen oder jetzt auch generell diesem Hobby nachzunehmen. Das fand ich total schade. Und ich wollte auch jetzt vornehmen, dass wenn ich dann jetzt nach Pfingsten die Zeit sparen habe, wo ich dann auch Zeit habe, dass ich da auch endlich mal ein paar mehr Fursuit, sprich Furry-Videos drehe und dass ich euch dann noch mal mehr zu sagen kann, weil ich finde, dass das ziemlich interessant ist, wie es zum Beispiel so ein Kostüm ist oder was man da so beachten muss, weil viele denken einfach, dass ich mir diesen Fellanzug anziehe und damit hat sich das, obwohl die Leute gar nicht wissen, wie sehr man darunter leidet, wenn man da sechs Stunden drin schwitzt oder so. Und das wollte ich einfach mal vorschlagen, wie ich das finde, wenn ich dann mehr Furry-Videos auf jeden Fall hochladen werde und kann, weil bei solchen Aufnahmen muss mir immer jemand helfen, weil ich alleine sehe ja mit meinem Anzug dann nicht so viel. Und ja, ich hatte auch letztens in meinem Fursuit einen tollen Gastauftritt als Maskottchen bei einer Veranstaltung. Das war sehr toll, das Video habt ihr zwar nicht gesehen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zwar überhaupt fast gar nichts gesehen, aber die Leute fanden mich alle total toll und ich habe auch die Stimmung gemacht. Oh, mein Keks. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Dokumi toll wird, weil ich war noch nie auf der Dokumi. Ich habe keine Ahnung, wie, wo, was, wann oder so. Ich hoffe nur, vielleicht sehen wir uns ja da oder einige sehen mich. Ne, Convention-Video gibt es wie immer auch, da freue ich mich auch drauf. Und ich bin hier gerade am Laptop und am PC am Arbeiten. Wölfe und Füchse, yay! Und damit würde ich einfach sagen, das war es jetzt mit dem kleinen Infovideo. Es regnet in Strömen und eigentlich muss ich noch mit Ara gleich rausgehen. Drückt mir die Daumen, dass bis dahin der Dauerregen aufgehört hat. Und Leute, das war es erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!